Hallo liebes MTP-Land, wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, uns euch mal persönlich vorzustellen. Wir sind Steffi, Chris und Lisa und wir sind euer neuer NV. Was geschah in den ersten beiden Wochen? Wir haben uns am 8. und 9. September mit dem Alumni-Team getroffen und dabei den Vollstein für unsere gemeinsame Zukunft. Im vergangenen Wochenende haben wir uns mit dem ganzen nationalen Team getroffen und haben dort unsere Ziele gesteckt. Wir sind sehr stolz darauf, ein so hochmotiviertes und kompetentes Team an unserer Seite zu haben. Was sind die nächsten wichtigen Events? Zum einen die Vorsitzendenversammlung in Hamburg vom 28. bis 30. September, dann das Ressortleidertreffen in Saarbrücken vom 12. bis 14. Oktober. Hier werden wir gemeinsam mit eure Vorständen beginnen, die ersten Projekte anzupacken. Jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Rest der Semesterferien und eine tolle Semesterstartaktion und hoffen euch bald alle kennenzulernen. Euer NV E-NV 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 B-E-NV Vielen Dank.